So, nächste Rennen und letztes, äh, voll jetzt rennen. Auf geht's. Voll jetzt, wo rennen? Willkommen zum heutigen Event, meine Damen und Herren. Kristen, was erwartet uns heute? Was muss man hier wissen? Das wird wieder ein unberechenbares spannendes Tourenwagen-Event, Alex. Die Zuschauer finden sich langsam an ihren Plätzen ein und wissen, dass hier alles passieren kann. Auf geht's. Und dann k ich bin unter dritter ich habe ich da müssen sie gerade vorbeizubringen und beiden ja schön habe ich noch nicht die kühle zuerst hat schon erledigt das Problem hier habe ich nicht drei rennzeilen und dann noch zwei rennen auch mein gott nervt mich doch nicht du kannst doch so noch mal vorbeifahren du musst mich nicht umdrehen jetzt hat es ja gewicht das wird jetzt halt auch schwierig werden runde eins ist vorbei und du bist etwas langsam kämpf dich nach vorne ja wenn sie alle auf mich abgesehen haben dann die zermade verstanden vorsicht du hast dieses auto einmal zu oft gerammt ja da ramm ich die ganze zeit aber ich muss die straffe dann noch sitzen oder was weg weg Runde 3 ist jetzt nicht so hin, aber für uns gibt es ja nicht irgendwelche Transparenz im ersten Rennen. Alter, ich will es nicht mal machen. Jetzt sehen wir uns mal wieder P, C bis vor, super, machen wir mal. Oh, hey, ich habe immer da irgendwo hängen und muss mich drehen. Hey, bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. Ja, das war's. Jetzt hört die Motiv. Das hier ist noch nicht gelaufen. Das hier ist noch eine Runde. Das hier ist noch ein bisschen fest. Wir haben jede Runde. Nur noch eine Runde, um ins Rennen reinzukommen. Ja, 7er, 8er, 6er, aber in so einer Drehrung. Geh mal weg. Meine Güte, ey. Okay. Wow, fuck you, ey. Jetzt mal in der gleichen Ecke werde ich ihn ganz gehauen. 15. Dankeschön. Boah. Boah, ist hier wie schlecht gewesen. Ich glaube, ich bin jetzt zu runde, aber trotzdem nur 15. 15. So, im letzten Rennen müssen wir definitiv haus hoch gewinnen. Okay. Ich hab die gesamten Ziege, können wir sowieso abschminken. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. So, Stefan Twins. Wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Warum möchte ich dann wieder in die Wand gedrückt werden? Ich weiß, dass er nicht gewinnen wird, dann wieder in die Wand geschossen. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, bleib doch stehen! Okay, lass jetzt deine Platzierung nach Runde 1. Lass uns etwas vorrücken. Ja, würde ich ja. Ich war ja schon mit vorne. Ich glaube, du hast jemanden wütend gemacht. Wir müssen einfach gucken was. Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Okay. Jetzt ist es mir aber eigentlich, wie gesagt, gerade gar nicht, bis du da vorne kommst. Ich schau jetzt mal zu unserem Teamkollege ran. Wenn man sich gewinnen, dann kann man sich abschminken. Wie gesagt. Oh, fahr doch. Mein Gott, lass mich nochmal vorbei, ey. Pass auf, das ist ein Teamkollege. Ja, eher. Runde 3. Leg einen Zahn zu. Meine Fresse, Alter. Da wird jemand nicht glücklich sein. Da wird jemand nicht glücklich sein. So, guck, jetzt sind wir an der Koppelkollern hier vorbei. Jetzt fehlen jetzt auch die zwei Autos da vorne. Ja, egal, wer der Fick dreht oder sich. Jetzt will ich plötzlich wieder mal. Es war eine Runde Zeit, ein Auto zu beholen. Letzte Runde. Versucht ihr die Pole zu schnappen. Ab hin. Was geht nicht so, ey? Oh, wie geht's das? Wieder geht's. drones, wie gehnt. Ahem. Ahem. So. Du coup, en plus on a plus étudie moi. Irgendwie dann doch mal. Aber es wird sich nicht reichen für den Gesamtssieg. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nein. Zweiter. Das ist eine von unseren Leuten. Ja, sie wollten mich aber die ganze Zeit in der Wand ziehen. Na gut. Feierabend. Bis zum nächsten Mal.